Portugal ist eine Mannschaft, die sehr variabel in der Abwehr spielt, mit zwar systematisch eigentlich in der 6-0 Deckung konsequent, aber damit sehr viel antizipativen Abwehrspiel von den Halbpositionen, auch immer wieder antizipativ von den Innenverteidigern, also sehr flexibel, stören Pässe, stören den Anlauf, um immer wieder auch aktiv auf den Angriff Einfluss zu nehmen. Insofern zeichnen sich dadurch ein sehr variables Abwehrspiel aus und der zweite große Schwerpunkt im portugiesischen Spiel ist das Angriffsspiel, insbesondere im Spiel 7 gegen 6, ist eine taktisch sehr ausgefuchste Mannschaft, die wirklich bis zum freien Mann den Ball spielt, wirklich sehr gut im Überzahlspiel 7 gegen 6 Entscheidungen trifft, da insbesondere von Rückkomm links Kavalejsch und von Rückkomm Mitte von Ruiz Silva. Ne, ich finde das ist eine mannschaftlich von Leistungsbild her sehr ausgeglichene Mannschaft, nicht mit dem Superstar, ich weiß auch nicht, ob einer von den von den portugiesischen Handballspielern Unterhosen verkauft, ich glaube, die beschränken sich auf das Handballspiel, das machen sie sehr gut, sind taktisch wirklich alle gut ausgebildet und zeichnen sie auch durch eine wirklich sehr ausgeglichene Verteilung der Spielzeiten als komplette Mannschaft. Ja, wir müssen auch in einem letzten Spiel wieder an die Grenzen unserer Emotionalität herangehen, also wirklich alles nochmal reinwerfen, das ist nicht einfach in so einem Spiel, wenn wir uns ausschließlich durch Publikum und Atmosphäre positiv beeinflussen lassen, aber es kann uns gelingen, wenn wir die Emotionen und die Motivation aus uns innen heraus ins Spiel hinein transportieren und das wird der Schlüssel sein, dass man da entsprechend emotional an dieses Spiel herangeht, mit dem Bewusstsein, dass es eine tolle Vorbereitungsmöglichkeit ist, auch unser Quali-Turnier in Berlin und zum zweiten Bedarf es eines variablen Abwehrspiels, also eine 7-6-Spielweise kann nicht mit einer Deckung funktionieren, die nur 6-0-Spiel sich hinten reinstellt. Wir werden mit verschiedensten Optionen, die immer wieder vor neuen Problemen stellen wollen, wir müssen immer wieder neue Lösungen von ihnen fordern. Insofern wird es auch an die Abwehr entsprechend gerichtet sein, mit Variabilität und Flexibilität zu agieren. 3 4 4 5 6 7 8 10 15